Willkommen bei God of War. Weiter geht's in die Türsgeheim Akammer. Und wir müssen jetzt nach dieser anderen Kette, damit sich der Tempel dreht, zerstören bzw. aushängen. Mal gucken, wie das hier so abgeht. Das sieht nicht so lustig aus alles. Das mache ich mal so, dass das in einer Richtung ist. Ich habe besser durchlaufen wahrscheinlich. Das dreht sich irgendwie schneller da. Das müsste ich da eigentlich schon durchkommen. Passt. War jetzt nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Okay. Oh, da ist... Windzeugs. Oh, da ist auch gleich eine Kammer. Cool. Die auch erstmal auf. Hä? Eh, brauche ich zwei, ja. Brauche ich wohl zwei. Verdammt. Na gut. Jetzt muss ich mal hier rein. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Nein, nein, nein. Jetzt habe ich es verpeilt. Jetzt dreht sich das weiter. Scheiße. Okay, das sollte noch oben gehen. Scheiße, jetzt komme ich da nicht mehr dran. Äh. Nicht jetzt. Na, da komme ich ja jetzt durch. Okay, das muss ich dann mal so oben ausruhen. Okay. Ich muss dann nochmal gucken, wie ich die Kammer aufkriege am dümmsten. Viel Gesundheit hängt hier rum. Bis Götter gut werden. Könnte ein Weilchen dauern. Nein. Die warten nur auf uns. So, und nun? Ach, die Kette, ja. Dann mal weg damit. Bis zum Schluss. Hoppla Ich schnappe Müsste ich wohl noch ein paar Typen mit ihm wegfolgen Ist einfach umgefallen So Getroppt haben sie auf jeden Fall genug Krempel Ich glaube da sind noch Typen irgendwo Die Musik läuft noch Das ist das zweite Licht Das muss ich glaube ich da vorne in die Kammer Reinkriegen Was macht er denn? Falscher Knopf Ja renn du mal in die Sägeblätter Jetzt sollte ich da so erstmal gucken Da keiner mehr ist Hallo Ist hier jemand? Okay Du wirst die Freunde deaktivieren Geht Eins Da Ich schlapp Ich schlapp Diese so ja vater sagen wir doch nicht mehr den tempel kippen warte mal wie warum sind da jetzt zwei ich nehme mal das und das Aha Geht doch Da wollte ich doch dran Das war der Lars Schwerer Runenangriff Wirft die Chaos Klinge auf einen Gegner Und lässt Gratis bei Kontakt Auf ihn losstürmen Um schweren Betäubungsschaden zuzufügen Gucke ich mir mal an im Menü Okay Hyperions Griff Ich kann ich verbessern EP habe ich genug Brauche ich für nichts anderes mehr Aber ich lasse mein Feuer des Ares drin Jo Okay Dann Zurück Wo waren das jetzt Bläh Hier waren die Dinger Achso ich muss das Ding hier Hochfahren Ich weiß was ich versprochen habe Aber falls das hier nicht funktioniert Denkt dran Tyr hat guten Grund für diese Hindernisse Er macht die Jüttenhelm für Odi unerreichbar Aber es herrscht kein Frieden Stimmt Aber es gibt Hoffnung Wir arbeiten alle zusammen Das ist Eintracht Genau das sagte die Rune auf der Tür Wir folgen Tiers wegen Sieht so nice aus So Dann mal rum damit Aus den Beinen heben Weiß er Ich will nur helfen Kratos kippt einfach mal ein Tempel um Alter also Das ganze Us Das hatte ich vor. Ja, sehr weise. Teamarbeit. Ein Weg nach Jütenheim. Sind wir das? Bin ich mehr sicher. Jo, was soll ich damit machen? Ah, hier kann ich es anfassen. Und? Was ist das? Eine Art Welpenstein. Lass mal sehen. Ah, Thumblas Euter. Das ist der Eintrachtstein. Du kennst ihn? Dass er tatsächlich existiert. Wenn Thir ihn besessen hat, erklärt er es, wie er all die Welten erreicht hat und andere Länder noch dazu. Er hielt ihn. In Odins Bibliothek. Ja. Ja, das ist es. Jetzt begreife ich erst. Darauf ist Thir in der Zwischenwelt abgebildet. Du weißt ja, verlasse niemals den Pfad. Tja, Thir folgte immer seinem eigenen Pfad. Verstehst du, was ich meine? Ja, die Zwischenwelt. Ein Weg nach Jütenheim ist abgeschlossen. Auf Thirs schreien wir also zu sehen, wie er den Ast des Weltenbaums verlässt. Und du glaubst, um den geheimen Weg nach Jütenheim zu erreichen, müssen wir das auch tun? Das tue ich. Oh je. Das ist dein voller Ernst, nicht wahr? Muss ich wohl jetzt den Stein da rein stopfen, oder was? Ne. Wie lange muss man? Okay. Ich will mal einen neuen, äh, Dingsstein holen. Auferstehungsstein. Was ist denn hier? Armrüstung. Achso. Das ist die wilden Schlangenrüstung. Die brauchen wir nicht. Max, genau. Ne, brauchen wir auch nicht. Äh, kaufen. Ich nehme mal den da. Habe ich mehr Gesundheit, wenn ich zurückkomme? Bei dem anderen kriegt man noch volle Rage. So, ich soll jetzt den Weg verlassen. Aha. Na gut, machen wir das auch mal. Was soll ich denn jetzt hin? Hä? Ist doch alles gesperrt hier. Ja. Äh. Ach da. Da muss ich hinreisen. Okay. Fast übersehen. Wenn du vorhast, uns alle in die Leere zu stürzen, hoffe ich, dass du dir sicher bist. War das nicht deine Idee? Den eigenen Weg finden, oder? Schwachsinn. Oh, Eintrachtstein zum Abgrund bringen. Na denn? Das ist so unglaublich. Ich dachte, es gab ja eine Brücke. Nein. 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 Wie kann mir ohne Magen nur so schlecht werden? Ach komm, das war großartig. Da. Der Turm. Ich wusste, dass hier unten was ist. Unglaublich. Wie versteckt man etwas, das in allen Welten existiert, wirf es aus allen Welten in den Raum dazwischen. Raffinierter alter Tier. Ist das Same auf der anderen Seite? Das kann nicht sein. Man geht nicht einfach durch Vanaheim zum Midgard-Gipfel. Aber wie benutzen wir ihn? Lasst uns einen Blick reinwerfen, aber passt auf. Hier ist kleine Prüfungen, sind nie so einfach, wie sie scheinen. Ist mir aufgefallen. Da müssen wir wohl den Turm irgendwie wieder sichtbar machen in der anderen Welt. Gucken wir doch mal rein. Den Eintrachtstein nutzen. Oh, hier liegt Rage rum. Und Gesundheit. Ich würde ja fast vermuten, hier kommt gleich ein Käpfchen. Gucken wir mal. Oh nein, der Stein ist fort. Der Turm. Er absorbiert die Energie des Steins. Irgendwas passiert. Bewegt er sich? Er bewegt sich. Er weiß, was zu tun ist. Der Stein hat seinen Zweck erfüllt. Wir erfüllen Tiers Zauber. Was geschieht jetzt? Ich habe keine Ahnung. Aber schlimmer als der Fall eben, wird es bestimmt nicht werden. Oh nein, das ist betreffendlich schlimmer. Oh nein, das ist betreffendlich schlimmer. Ich habe seinen Geist ab. Lohmann, hol auf mich. Das ging noch. Das waren zwar viele, aber... Oh, das ist Alfein. Oh nö. Meine Freunde. Ach, verpiss dich. Ach, ich mag die nicht. Und das ist klar, mein Freund. Das ist Ärger. Ich wollte mal was sehen, würde. Machen wir das Licht an, bitte. Ach, da ist er. Hat er wieder das Licht ausgemacht. Jetzt bleibst du stehen. Danke. Da geht's wieder hin. Noch einer mehr. Komm nicht mehr rein. Leider. Das war hart. Wo kommen wir bei uns nächstes hin? Das war nur nervig. Oh nein. Sind wir wieder ein Hehl? Oh je. Da kommen sie. Lass mal los. Pizza? Das war nicht mehr. Wiedersehen, keine. Muspelhaven. Oh, Digga, mehr nicht. Oh, verdammt, den habe ich ja gar nicht gesehen. Alles klar vor mir. Jetzt bin ich genau in die Feuerscheiße gelaufen. Dann schieß doch mal, kleiner. Kann leider nicht. Interessant. Oh, oh. Wahrscheinlich in Midgard, oder? Leichter Rundenangriff. Ein Schützender hiebt alle Gegner und Kratas zurückstößt. Gucken wir uns mal den Kass an. Nee. Verbessern tue ich es zwar, aber auswesern tue ich es nicht. Okay. Ist aber wieder dicht hier. Kann ich da raus jetzt? Ja. Da, wir sind wieder in Midgard. Da ist die Brücke. Geschafft. Der Turm ist wieder an seinem Platz. Jetzt kann uns Thiers Weltenkämmer nach Jötenheim bringen. Wie hat Thier das gemacht? Odin vermutete, dass die Riesenreste der urzeitlichen Jötner-Erschaffungsessenz besaßen. Das Zeug, aus dem alle Welten gemacht wurden. Der Eintrachtstein wurde wohl auch daraus hergestellt. Ihn einem Außenstehenden anzuvertrauen, auch wenn es Thier war, zeigt ihre Verzweiflung. Und sie, jetzt können wir endlich alle Feuerschalen anzünden und sehen, was geschieht. Oh ja. Das ist die letzte Feuerschale, die ich noch entzünden muss. Die anderen brennen alle. Aber das sehen wir leider erst in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.